Ich bin 45 und brauche mich dazu, dass ich mich in der Praxis habe, was ist passiert und wie geht Kai Wiesinger damit um? Es gab für mich unverleidigt, gestern Abend teilten die Anwälte von Kai Wiesinger in einer Presse schreibt mit, dass eine noch ehemalige Frau schon erlernt war, das plötzlich und unerwartet verschwunden ist. Ein Schock, auch für ihre Veränderungen und die Anwälte um die für 45 Uhr gesorgt hat. Vielen Dank.